Oh, oh, was ist das? Junge, hör mal auf zu schießen. Oh mein Gott, ich will Max abknallen. Naja, nicht dich, nicht dich. Ja, ich führe es nicht völlig, ja? Das war ein Warnschutz, hör auf. Du hast auch einen gekriegt. Warum stehst du eigentlich noch? Das war ein Headshot, Mann. Max erledigt. Tut mir leid, Max. Es macht zu viel Spaß, sich abzuschießen. Oh Gott. Der Zug, lass ihn auffallen, lass ihn auffallen. Der Zug? Ja, Mann. Ja, lass mal machen. Nein, ich bin gestorben. Ja, warte, warte, warte. Warte, ich habe eine Idee. Jihad, 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 Jihad. Fuck, hat nicht funktioniert. Oh, ich habe so eine geile Idee immer wieder. Wenn ein Freund im Flughafen im Flugzeug einsteigt, weil ich zuschreiben will, weil er Jihad heißt. Ich habe da voll die geile Idee. Oh, da ist Max. Hallo, Max. FNJihad, ne? Ja. Jihad, 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 Jihad. Ich habe Jihad gemacht, Mann. Heiliger Krieg, Beste, ja? Ungläubiger. Oh, komm, ich mache noch mal Jihad. Soll ich? Mach. Boah, ich habe fast keine Granaten mehr, Mann. Jihad. Ich habe, ja. Jetzt hat der Spiel, boah, Mann. Das war einfach nur... Was? Wieso habe ich den erledigt? Hä? Ich war doch gar nicht mal am Leben. Ist der in die Granate reingerannt? Ja, glaub schon. Ich muss nur noch mal neue Muni holen, Alter. Jihad, 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 Jihad. Ich glaube, das ist meine LNG, Alter. Jihad, Alter. Warte kurz. Ich bin der Leiter vom Jihad. Oh, Mann, warum habe ich nur noch Regengas, Mann? Scheiße. Du Wichser. Okay, lass mal kurz warten. Ich will mir neue Granaten holen. Ich habe gar keine mehr. Und dann mache ich Jihad die ganze Zeit. Dann renne ich auf euch zu. Okay? Okay. Entschuldigung dazu. Ja, ich bin auf den Zug drauf. Jo, Jihad, 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 Jihad und dann einfach umbringen. Geil. Hör auf, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf. Was? Hör auf, knall mich nicht ab. Egal wer lebt ist. Junge, ich bin nicht da, gerade. Nein! Nein, warum springt der vom Zug? Alter, ich gehe nach vorne und der springt vor den Zug, Alter. Mhm. Ich will mal eben zum Waffenladen. Mhm. Wo ist der Nächste? Da. Okay. Jihad, Jihad, Jihad. Ja, oder ich mach das mal mit dem... Warte mal, rühre ich mal ab, bleib mal stehen. Nein, nein, warte, ich bin voll auf dem Weg gerade. Junge, du bist einmal vorbeigefahren, warte doch. Ja, warte, ich hol dich sofort ab, will nur kurz Granaten nachkaufen. Du kannst dir doch auch ein Auto eben schnappen und zu mir kommen, Digga. Ja, was ist denn das Problem? Du bist mein Problem, haha. Weste, Weste werde ich mal wohl nicht holen, Alter. Nee, ich knall nicht mehr ab. Schnauze. Ähm, lass mich aber jetzt wenigstens im Waffenladen, Ruhakurz, okay? Bruder? Ich knall jetzt extra den Waffenhändler auf, dann schließt er, dann kannst du nichts mehr holen. Ey, ey, auf Bombe, cheer. Ja, Haft zur Bombe. Sure. Ey, Alter, ich hab so eine richtig geile Idee. Was denn? Deine Ideen sind immer scheiße. Mensch, Spaß. Achte mal. Ja. Wirf mal eine Haftbombe gegen mein Auto. Ich hab keine Haftbombe, du Opfer, ich bin Level 18. Scheiße. Weil dann hätte ich jetzt gesagt, wirf mal eine Haftbombe gegen mein Auto. Weißt du, was jetzt kommt, Digga? Ey, Octai, weißt du, was jetzt kommt? Die hat. Die hat, 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 die hat. Ohohoho. Die hat, Alter. Der ist übrigens wirklich Türke, der Octai, ne? Der heißt nicht ohne Grund Octai. Okay, okay, das ist jetzt voll nicht die Beleidigung, aber einfach mal unnötig. Er ist im Busch verstecken, dann komm. Hier ist ein Monstertruck, hier ist ein Monstertruck. Warte, ich zieh den ab. Die hat, die hat, die hat, die hat. Ohoho, du Wichser, Alter. Da hat mich gerade einer umgefahren, einfach. Ich nicht. Ich schwöre, die hat, die hat, die hat. Okay, jetzt kommt Waffenhändler, Alter, die hat. Die hat, die hat, die hat, die hat, die hat, die hat. Die hat. Hä, wo ist die Waffe denn hin? Junge, wo sind die? Granaten, Mann. Das ist ja voll scheiße. Wir volldenken, das ist ein Truck. Ey, komm mal raus da. Ja, warte. Okay, das mit dem Beenden sieht doch wohl ein bisschen anders aus, Leute. Guck mal. Yo, Alter, kann ich mal Dschihad machen? Ey, warte, 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 bitte. Ich hab ne Idee. Du fährst, ich setz mich hinten rein. Hier, ist ja so ne Ablagerung. Da kann ich ja schlecht ra- Oh. Du Wichser, Mann, du scheiß Truckfahrer. Boah, Digger, bitte darf ich, darf ich weiter Dschihad machen, Alter, bitte. Die machen das im Osten auch voll gerne. Dann darf ich das auch. Wo ist denn Max überhaupt? Warte doch, ich komm nicht abholen, Junge. Was für den stehst du da an, ne? Ach so, da bist du. Gut. Dschihad, 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 Dschihad. Ey, ey, oder warte mal. Wir vollen Granaten in die Ablagerung. Ja. Dann fahr ich zu Max. Warte, wie meinst du? Nein, nein, warte, lass mal zu Max fahren. Lass den einsteigen. Ich fahr grad raus. Oh, oh, oh. Dieser Junge lebt gefährlich. Musst du vorsichtig. Nein, nein, ganz langsam fahren. Okay, passt schon. Wie das aussieht. Oh. Wenn du das sehen kannst. Ach ja, kannst du ja sehen. Oh Gott, Alter. Wir müssen mal ohne Scheiß, wir müssen mal so eine neue Serie machen. Best of, dann nehmen wir richtig lange GTA auf und dann machen wir nur die besten 10, Alter. Du Wichser. Dschihad. Nein. Nein, du Opfer. Oh nein, Scheiße. Ja. Kann er nicht einfach liegen bleiben, dann passiert... Oh. Wo bin ich? Danke. Warte, warte. Arrum, Arrum, Arrum. Warte. Ich komm nochmal hoch. Fahr weiter. Komm, fahr weiter, so schnell wie geht. Yo. So lange habe ich lange nicht gelacht. So gut habe ich lange nicht gelacht. Warte, ich sterbe jetzt fast. Muss mal kurz warten. Du warst in der Wand verballt. Oh, hab ich dir schon mal erzählt, dass ich dein Lachen mag, Alter. Ich hab... Was? Hab ich dir schon mal erzählt, dass ich dein Lachen voll korrekt bin, ne? Fahr mal bitte los. Voll, Alter. Voll. Wenn du das nicht sehen könntest, so wie... Ja, einfach mal abserviert. Ey, lass mal zu Max fahren, Alter. Und dann mach ich immer kurz die Art, okay? Okay. Oder, 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 lass den mal einfach umfahren. Beste. Ey, versuch mal seine Reifen... Versuch mal seine Reifen... Dann kommt er nicht weit. Nee, lass mal. Du musst... Oder, du musst... Wenn dich die Bullen jagen, fällt mir auch gerade ein. Musst du dich beim Bauer mal in so einem Silo verstecken, Alter. Im Watt verstecken? Nein. Nein. Ich hab keine Warte. Nein. Oh. Nein. Ich verstecke mich hinterm Truck. Warte, 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 warte. Ich mach jetzt Jihad, Alter. Jihad. Oh, nein. Fuck, jetzt kann ich mich nicht mehr bewegen. Hoffentlich schießt er jetzt nicht. Jihad, 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 Jihad. Yo. Ja, scheiße. Hat nicht funktioniert. So, ich hab den erledigt. Jawohl. Oh, Digga, alles klar? Mhm, bei dir. Ja. Du müsstest mal mein Gesicht gerade sehen, ey. Völlig durch die Situation gerade aufgewühlt, ey. Yo, wie du läufst, Alter. Das sieht so geil aus. Ach ja, Jihad. Jihad! Jihad! Wieso hab ich dich nicht erwischt, Mann? Die Dinger explodieren voll übertrieben. Nee, scheiße. Ist das Max, Alter? Warte mal, ist das Max da vorne? Ja, ne? Yo. Wie, ich immer explodier nach dem Tod, Alter. Okay, okay. Ich mach dir wenigstens. Weißt du was? Ich mach jetzt mal Feuer auf Freunde an. Und dann hab ich mal Spaß, Alter. Spaß. Dich schieß ich aber nicht ab, so richtig. So, ich hab den weggesniped. Okay. Bruder, ich verwechsel den voll oft mit dir, ja? Nee, das bist du, okay. Ja, Mann, das bin ich. Ich muss jetzt aufpassen. Jihad, Jihad. Jihad, einfach Granate ziehen, auf Leute loslaufen, ey. Kommt gut. Ey. Da trifft einfach nicht, Mann. Der visiert überhaupt nichts an, Alter. Der Typ ist viel zu weit weg. Wo ist der? Ey, jetzt falle ich hier schon wieder runter. Hoffentlich funktioniert das mal bald. Ey. Wo ist der denn? Ja, warte. Ich versuche immer eben, hinter einem Baum Deckung zu suchen. Der hat sich verpisst, Mann. Oh, oh. Da hinten ist ein Spacken. Nee, das bist du. Stimmt. Ich weiß ja nicht, wer das ist. Oh, Digger, lass mal über irgendein Thema reden, Alter. Irgendwie wird das gerade so ein bisschen eintönig. Ja, welches Thema könnte man nehmen? Selbstjustiz. Nein, Spaß. Was machen wir eigentlich morgen? Genau, das können wir auch mal als Thema nehmen. Erstmal nach all die Flitzen. Ne Torkarte holen, ne? Boah, ich hab dich schon wieder abgeknallt. Ja, bester Mann. Hey, der ist da unten. Ja, ich kuller gerade auch, ne? Mhm. Das finde ich auch scheiße. Warum kann der nicht nur mal einen Berg runterlaufen? Ich weiß das auch nicht. Tschö. Granate nach unten. Tja, der ist gestorben. Ich kann die anderen Spieler immer noch nicht anvisieren. Wieso macht der nicht? Hä? Angriff auf Freunde ist Standard. Wieso geht das denn nicht? Dat Haki-Schnitzel ist online. Ach ja, ich hab den Dschihad vergessen. Oh. Aber ey, bitte nicht auf mich, ne? Alter. Hat das Spiel verloren. Mach, es ist rausgegangen. Ja, toll. Kann ich aber auch nachvollziehen. Ja, wir hatten ja eigentlich gesagt, nicht töten. Aber irgendwie ist es dann doch dazu gekommen. Es kommt eh immer wieder dazu. Aber ey, sei ehrlich, hat gewockt, oder? Hat gewockt. Aber müssen wir mehr Leute in der Lobby haben. Oh ja. Die hat, die hat, die hat, die hat. Die hat, die hat. Ey, guck mal hier. Lass mal, lass mal, lass mal, lass mal. Pff, ho, ho, hast gesehen gerade? Ja, aber ich nicht. Ey, gut, Bruder. Ich würde sagen, für heute machen wir die Sitzung mal zu, ne? Boah, wir sind jetzt schon... Ja, aber ey, lass mal bitte noch einmal Dinge. Jetzt versuchen wir, den Zug zu blindern. Nein. Dann machen wir den nächsten Part, okay? Okay. Okay, Bruder, haust du rein? Okay, wir sind raus. Ciao. Okay, ciao.